Ich werde nicht fürs Plaudern bezahlt. So. So warte mal eben. So warte mal eben, ich muss mal eben meine Erfahrungsreiste aufhauen. So, gut. Ach, oh für Alter, was leckt das so? Es leckt, mach die Lecks weg. Ne, du, da gefällt die mir nicht. Da. Ah, das ist ein Postkasten. Jetzt mach ich das mal auf Goblin-Style. Hohohoho. Fröstelich, der Pinguin. Eifröstelich. Ich krieg den nicht. Ja, weil du auch nicht an dem 5. Geburtstag von WoW an warst. Oh, nicht schon wieder. Da waren nur die coolen Leute an. Deine Mutter. Die ist cool, ich weiß. Nicht. Doch. Du weißt, dass meine Mutter sich die Let's Plays auch angucken will. Opfer, Opfer. Ja. Nicht. Hören wir sie nicht. Was ist denn daran Opfer? K.a., hab ich nur so gedacht. Sag es mir, erläutern sie es mir bitte. Kein Bock zu erläutern. Hängt fort mit euch. Jobe. Erfasst das Unbekannte. Verwendet eure HGK-Schnappblitz-Umbilder an den springenden Kameras der drei Höhlenmalereien und dem Altar der Pygmin auf die Video. Verschwendet nicht beide Zeit. Dann wurde ich nicht da raus. Dann wurde ich nicht da raus. Ich hab ein Foto gemacht. Wow, was hat es mit all den Höhlenmalereien auf sich? Huch, höre ich etwa Affen? Alter, das sind Affen. Anstürm! Anstürm! Bam! Warten wir. Ich weiß, was du gerade gemacht hast. Ein Kamp-Shot. Was? Ein Kamp-Shot, weißt du? Lol. Kamp-Shot. Lol. Stamm. Alter, der wird angegriffen. Ich muss ihn beschützen. Der ängstliche Termin arbeitet. Rettet. Rettet die Sklaven. Der ist noch nicht tot. Wie baue ich dieses Erdstar ab? Oh, da macht's Glitz. Stier ab! Ey, mal deinen Sklavenstierb. Der Sklaven ist tot. Der Sklaven ist tot. Wie jetzt? Der Sklaven ist tot? Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Nicht. Wir hoffen zu lügen. Doch, das ist mein Sklaven da. Komm, Sklaven, 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 putti, putti, putti. Oh, ich bin schneller als du. Wo ist es? Wo will der hin? Ah, da muss ich... Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Mann, du heißt nicht Elmore. Doch. Nein! Ich Elmore. Du Threlux. Ja, und wo ist meiner jetzt? Der ist gestorben, weil du nicht auf ihn ausgepasst hast. Ja, und wo ist der wo? Mann, du musst die Quest neu annehmen, du Troll. Der kann doch nicht einfach sterben. Klar, du lässt ihn in Ruhe. Mann, Macker Junge, der hat keine ausgestorben. Mann. Super, jetzt krieg ich... jetzt krieg ich nehm mal ne Ratte tot, ey. Wie deprimierend ist. Hast es vorbei gefailt? Nein, aber ich mach noch nicht genug Damage. was ist denn das Hast du das gerade gehört? Ja. Küche aufräumen, Janik, los! Halt die Fresse, ey. Da sieht man mal, wie deine Mutter auf dich hört. Da eben sie auch so fallen. Ich sag das ja auch noch. Ey, ey. Ich hab doch nicht mal was gemacht. Ich hab' die Küche aufräumen. Dann kann die Klappe halten. Nö. Picture. Picture. Danke. Machst du für mich die Pictures und so, weißt du? Bekommst du die Bilder auch? Jo. Auch und nicht gobel hier durch die Höhle durch, aber du musst trotzdem noch in die Höhle rein. Stirbaffe! BAM! Werfen. Du willst mit Hotkeys oder mit Maus? Wenn du klickst. Noch nicht bereit. Hä? Häh? Jetzt. Okay, du spielst mit Klicks. Mit Maus. Mit Maus. Mit Maus. Aufschauen. Oh, ich bin so, ey. Entfernt. Haha, lol. Oder so Arthas legen. Arthas, wir klicken. Ja, Arthas ist out, Todesschwinge ist end. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Mann, Makai, jetzt baue ich hier doch mal schneller ab. Ach, da gibt's die Quest. Ja, stimmt. Todesschwinge. Boah, das ist Pygminarbeiter. Boah! Boah! Wo willst du? Stierpygminarbeiter. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Bitte für das Geleit, Sklave. Ey, dein Kotleger rennt gerade weg. Ich weiß, er ist auch fällig. Ja, warte mal auf mich. Jo, hier ist ein Ork. Können Orks schreiben? Nein, Orks können nicht schreiben. Orks haben bei ihrer Entstehung ihr Hirn verloren. Das erklärt die ganze Sache. Ende. Oh, meine selbstgemachten Geschichten sind so geil. Ich habe hier noch eine neue Quest bekommen. Ach, ich muss mir kurz YouTube gucken. Oh, toll, mein Chrom öffnet sich nicht. Juhu! Wow. So, ja. Ah, ich merke gerade, dass ich zu viel Minecraft gezockt habe. Haha. Ich bin hier jetzt mit Shift gedrückt an der Klippe vorbei. Warte, anstürmen. Warte, anstürmen. Oh, Mann, ich wollte den anstürmen. Warte, den anstürmen. Richtig so schön umflopfen. Mann. Minenarbeiternot. Blablablabla. Da. So, okay. Ähm. Gut, ich habe alle Quests. Ja, hier runter. Lass mal hier runter. Einfach just verfahren. Ui. Jump, jump. Neue deutsche Welle. Jump, jump. Jump. Neue Goblin Welle. Haha. Jump, jump. Die neue Goblin Welle. Jump, jump. Jump, jump. Goblin. G-o-l. G-o-l, ja. G-o-l, ja. Scheiße, ey. G-o-l. Golden. G-o-l. 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 Aber keiner ist so cool wie Haftbefehl. Joel. Aua, ihr kriegt ne neue Gobe. Hey, was ist mehrwert? 27 ist mehr als 22. 27!!! Macht euch was abger. Ja, seit wann lassen. Was immer. Juchuuu, jetzt gehen wir wieder dahinten. Hübsch. Komm Mario, rennen wir durch die Pampa, uah wir haben unsere Hot Rod gehandelt, ja. Das wäre jetzt geil so. Gao. So, über die Insel so. Ah warte, das können wir auch. Hallo. Das kannst du nicht, muhaha. Doch, kannst du aber. Meinst du so? Gut. Oh, bist du cool. Ich bin trotzdem schnell dazu. Nicht. Hepp. Juhu. Warte, eben ein Gasthaus hier setzen. Das! Sag vorsichtig da draußen! Oh mein Gott. Nein. Er kennt sich zufälligerweise ein bisschen mit Hexenmeister aus. Ne, warum? Weil ich keinen Plan hab, was ich hier später skillen muss. Ach. Dämonenhexer, glaub ich, heißt das. Bringt das Fett halt. Ah ja, schön. Oder skill am besten auf deinen Dämon. Und was muss ich da sammeln? Ausdauer oder so? Du brauchst als Damage-Dealer keine Ausdauer. Ja, das war, also Frage, ob ich da noch was bestimmtes sammeln muss. Ja. Ob das auch so Auswirkungen auf mein hier... Auswirkungen hat's aber... Ne, ich... Jetzt wollte ich schon was sagen. Du musst kein Hexenmeister sein, der 800.000 HP hat. Entschuldig, Mann. Nein, das hält dir selbst in P4P nicht. Überlebst du vielleicht ein bisschen länger, aber mir ist trotzdem ein Stern. Ich muss am besten auf, ähm... Intelligenz gehen. War das nicht die Magia-Sache und... Ja, das... Ey, wir heilen alle Leute. Hä? Ach, egal. Hexenmeister heilen nicht. Oah, Alter, das mach ich doch gar nicht. Ja, ich hab dir auch gerade nicht zugehört. Das merk ich schon wieder. Ach, ramsch verkaufen. Hm, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. So, ab geht's bei dieser heroischen Musik. die Quest abgeben, am Strand entlang. Komm mal ja, komm jetzt hier, komm. Welche heroische Musik? Ich höre hier gerade so heroische Musik. Lol. Troffel. Jump. Ja, Nachmacher. Nicht. Oh, komm mal ganz kleine, viele Babyschildkröten. Guck mal, oh, da darf ich nicht mit. Hut, 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 hut. Ne, gerade fängt nicht an. Guck mal, ich wollte gerade sagen, die kackt auf dich jetzt. Geil. Einstuhlen. Oh ja, kack auf dich. Einstuhlen. Das war aber wieder gerissen. Kennst das Video nicht? Was hast du denn? Nichts. Nein, nein, das meine ich, nein, das meine ich gar nicht. Nein, da gibt's im Video, da ist so ein Macker, der erzählt da die ganze Zeit was und am Ende sagt er, oh, scheiße, ich hab mich eingestuhlt. Das ist richtig witzig, sonst muss ich dir nachher mal schicken. Nein, man sieht nicht. Ich dachte, ich dachte, du meinst das Video, wo der Mann sich einen Kürbis mit Karotte in den Arsch schiebt. Nein, das kenn ich aber auch nicht. Oh mein Gott, was du dir alles anguckst, ey. Ich seh so, Gabel, 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 Gabel. Oh, Macker. Was greif ich hier eigentlich, Mann? Vollst du dich interessiert? Janik Meier. Ich bin mal auf den verlorenen Ente. Ich bin mal auf den verlorenen Ente. Mögen die Ahnen über euch wachen. Mögen die Ahnen über euch wachen. Mögen die Ahnen über euch wachen. In-Inhaber dieser epischen Seite namens Meyer-Arts. Naja, kommt eher. Episch. Ehh. 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 Das war jetzt Mr. Bean-Style. Ehh. 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 Guck mal, die Pflanzen können sich bewegen. Alter, was ist das für Pflanzen? Alter, da mal. Lass sie mal schlagen. Ich glaub, die müssen doch schlagen. Hey, lass die umklatschen. Ja, auch 100 Pflanzen. Umkraut man dich da?